ich gehe mal ganz nach unten obwohl hier war ich am ehesten zu zweifeln dass hier überhaupt noch irgendwas ist weil hier war schon vielleicht noch ganz unten hier auf dem Boden aber hier sich auch nichts ich hab glaube ich meinen Freund ja der mich gerade mal geschlagen egal ach Mensch es ist doch blöd hier wo ist die denn diese behinderte letzte Muschel ähm nein hm nein blöd dass sie keine Geräusche machen ich habe keine Lust wieder zu weit zu rennen und ja das ist doof ich gehe erstmal hier hier macht es nämlich noch nicht viel wenn ich hier oben bin ach komm mach hin bitte hm hm wie viele brauche ich eigentlich noch drei okay äh ja zwei sehe ich hier ne ich gehe wieder zurück wenn es geht nein es geht natürlich nicht auch erst das behindert Mann gut dann sammle ich die anderen restlichen Dinger ein ist mir auch jetzt egal ach ich hasse manchmal dieses Spiel wirklich ich jetzt komm mach hin ach hin aber heil dich ey so hier wird's soo 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 auch hier ist doch wie ist die letzte wie schön ähm ok trotzdem fehlt auch hier was ähm und ich habe auch schon wieder die ganze Zeit vergessen mit ihm zu gucken gut so und noch eine Sache und zwar das Ding hier, das ist da oben dann da 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 gut, ja ach man ich weiß, ihr könnt euch nicht leiden trotzdem muss ich ihn nicht klagen du, 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 du so schön so, dann einmal hier hoch, Moment zack, hier hoch äh ja doch ich weiß nämlich gerade gar nicht, was ich machen muss, genau mhm, okay, das bringt auch viel im Moment bringt es nämlich gar nichts ähm ich weiß gerade nämlich nicht, ob ich das Ding hier wirklich ziehen ob ich die Dinger ziehen soll nee, 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 das darf nicht denke ich mal jetzt so weil rein logisch, ne daran wird das ja eigentlich, glaube ich, gezogen und dann mach ich erst mal das Heil hier gut, oh, schön aber hm fehlt trotzdem einer die Frage ist, äh, ja wo ist dieser eine äh, irgendwas muss doch hier passieren oder nicht ach so, ist schon auf ach und da haben wir auch schon irgendwo den letzten hm komm mach einfach das Ding kaputt so schön dankeschön dankeschön das reicht so skippen danke das skippe ich nicht das so das was 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 so so gut das war jetzt drittes landen glaube ich das heißt zwei kommen noch und zwar einmal der rote Bruderschaft und dann noch um Prozent Strudel auch gut spielt nur 32 kommen mache ich noch egal geile Charaktere gibt es cool aber hier Jakobi ist doch ein Noob gut ja der hohe Art of the Bruderschaft völlig wurscht will ich nehmen oh man knarzt mein Stuhl ist echt super ich habe er er So, dann geht es auch schon weiter. Und meine Güte, ich sehe schon, wie viele fehlen hier denn? Bitte, danke. Aha. Moment, einmal. Jucken. So. Gehen wir aber mal ganz zurück. So. Einmal nur so. Ähm, mal schauen, was kann man denn hier... ...alles jetzt direkt mal abhaken. Moment, da drin ist irgendwas. Keine Ahnung, was ich hierfür machen muss. Hier. So, Jack. Ja. Bist du ein Idiot? Dann wär zu jemandem, der entspärt hat. Bis zu und behinderter Mongolen. Ach ja, richtig. Jetzt weiß ich wieder, was man machen muss. Muhahaha. So, 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 nicht Hund. Sondern... So.